Yo, 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 was geht ab? MCI am Start. Wir machen heute Uhu. Nicht den Vogelvogel, sondern die Fischwürfe. Glück für uns. In Hamburg leben die Fische vor der Haustür. Yo, zack, bam, läuft. Nehmen wir. Jetzt ein Kochtuch mit Salz, Pfeffer und Lorbeerblätter. Nicht zu vergessen unseren Freischwimmer. Ein paar Mälchen für den Geschmack. Und damit es nicht zu gesund wird, gleich ein paar Kohlenhydrate hinterher. Ein, zwei, alles rein. In der Zwischenzeit hacken wir ein paar Lauchswiebel. Ziggy, zack. Fertige Suppe in die Schüssel rein. Und ein paar Lauchzwiebel oben drauf. Löffel rein, abschmecken. Einfach die Türius. Femme von Peace out.